Mal schauen. Der ultimative Skilltest. Was das für dies? Der einzige Vorteil ist, dass er halt nicht mit Schlamm anfängt. Der ist halt nicht eingeschlammt. Das ist schon mal ein bisschen vorteilhaft. Den Teil fängt er nicht eingeschlammt an. Nicht so wie weit bei Ultima, der schon komplett eingeschlammt ist. Und dann schlägst du so 50 mal dagegen und dann prallst du seine Händen ab, weil die keinen Schlamm mehr haben. Ich will ja, dass du ihn eingekriegst. Ja, glaube ich auch. Ich finde schön, dass wir die Wild-Expertin schieben lassen. Ihr macht das schon. Let's go. Wir sagen wir mal kurz 4 Flora ein. Äh... Ich hab die Fuckling-Cups ihn gar nicht gesehen. What the fuck? Egal. Gehen wir ganz kurz hier hoch. Oh, Diani? Bein! Die Burn! Ja, Hasida, Hurela. Sujiru fukutu. Halt. Hallo. Dankeschön. Wir haben hier den Blitzkäfer. Die brauchen wir noch. In sehr vielen Situationen. Die im Schreikabsinn. Ich bin froh, dass wir die Diablos-Rüstung nicht fahren müssen. Der einzige Vorteil. Ein Wasserfall. Schöner Wasserfall. Ja, ja. Hübscher Wasserfall. Du bist eine zierliche Frau. Wer ruht, wenn die dich schieben lassen würden? Ja, ja, ja. True, 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 true. Oh, hey, ein Wasserfall. Nein! Hallo. Ich war nie wirklich... Ich war nie wirklich weg. Ist irgendwie auch ironisch, ne? Ich habe einen weiblichen Charakter, die eine Supportwaffe spielt. Realisiere ich jetzt erst so. Wir haben hier so, keine Ahnung, 5% des Spiels schon durchgespielt haben. Also, wenn wir den Diablos getötet haben, dann haben wir auch nicht mehr so viel vor uns, ne? Also, nicht mehr so viel vor uns, sage ich. Obwohl, Highrank ist eigentlich bloß Sammelspor von Monster XY. Klatsch nochmal ganz kurz den... Klatsch nochmal ganz kurz den Anja. Weil der geht uns auf den Sack. Äh... Und dann hier, Rose Radjahn. Hier brauchen wir... Hier, Nergigante. Wir sind... Wir müssen ganz kurz in das Tal. Schlag den Nergigante zusammen. Dann schlagen wir den Nergigante zusammen. Hier, sammelsp... Die Ältesten sind wieder da. Hier, sammelspuren von den Ältesten. Dann sammelspuren von den Ältesten, dass wir innerhalb von einer Expedition zusammenkriegen. Und dann heißt es nur noch, Herr, schlag die Ältesten zusammen. Und dann, ja, schlag das neugeborene Kind zusammen. Das klingt... Out of Context falsch. Hörst du... Hörst du... Hörst du... Hörst du... Jetzt sehen wir gleich die Rathianen. Hörst du... Hörst du... Wahrscheinlich... Hörst du... Hast du das gehört? Nein, nein, ich hab Urstörpsel. Hörst du... ja meine güte hallo wer wissen wie ein yakki aussieht da gibt es keine yakki so hat ihn erledigt ausgetrickst man bist du dumm das ding hat die ohrstöpsel fähigkeit neben meine waffe meine waffe hat die ohrstöpsel fähigkeit tschuldigung ich meine natürlich meine lede rüstung hat natürlich die neuesten ich fliege ich schwebe ich habe die physik ausgetrickst warum spielt man hier ok meine rüstung hat natürlich die neuesten airpods drinnen natürlich höre ich die rakian nicht die europäische jesus um mann habe so ein bisschen angst auf das was auf mich zukommt ich weiß nicht ob ich für die grenzen dafür das kann ich brauche ich bin mir gar nicht sicher ich glaube nicht jemand fußbund achso wahrscheinlich die bauers fußbund hier unten wenn wir diese musikanten mit komplett stummten hausstöpseln ja ich habe monster entdeckt ich habe monster erkundet vor allem ich habe mir vor man könnte die leuchtkäfer ausmachen jetzt schieben die aufer hier an das go schieb 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 schüb 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 na dann legen wir los magdalaus da eekul giszy ja 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 es ist zu stil ja 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 mehr als meinen ersten Tod kann ich nicht verpassen ja 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 Geh es! Geh es! kann ich es leiden ja kann ich unternehmen leiden unternehmen perfekt ich habe gar nicht aufgepasst ich muss mich gerade nicht hinsetzen also was kann hier schief gehen alles er kann uns betäuben und dann einfach so niederrennen und dann sind wir tot was kann er noch eigentlich alles was kann er noch alles 4 Notenleads für ohrstöpsel ok kreis und jetzt Dreieck muss wir ohrstöpsel anschmeißen machen wir noch einen Zeitbonus perfekt Aua lassen wir mal schön bleiben au ja davor habe ich vor diesem Angriff habe ich Angst der kann wehtun au halbe Leben halbe Leben ist halbe Leben das kann schon das ausbedeuten manchmal ich bin mir nicht vorsichtig ich ich bin vorsichtig hellu sonst würde ich ja nicht gerade gegen ihn springen oh ja haben wir zur Sicherheit wir heilen uns viel heilen äh kriecht was ist eigentlich oh Gott ja das passiert schon das passiert genau das was ich nicht wollte schön Megatrank nehmen Schluck perfekt okay gut dass wir den Baroth nicht brauchen weiter also brauchen wir wirklich nicht weiter und wir können dann gleich mit dem Jura weitermachen ja dann auch kommt und dann kommt unser Problemkind das ist schon eigentlich schon was ist Gesundheitsboost warum ist das so lang beziehungsweise Gesundheitserholung ist das ja ich hatte gerade das richtig klein aber sieht nur so aus also Gesundheitserholung rauszukriegen wird schwer vor allem mitten im Kampf außer wenn er liebt natürlich dann geht's so hm schwierig okay ja komm her ne kackt hat mir so gut ganz gut funktioniert leider oh aber die 1000 damage hat er gefressen ja immerhin das hat mich auch das habe ich auch gefressen und ich habe das gefressen weil ich die Wand nicht gesehen habe was ist der Angriff als Dings zählt ja gut macht's dann eigentlich irgendwie ne immerhin getroffen immerhin etwas what the fuck wo hab ich das denn ja danke Wispuider meine Güte seid ihr gut ich habe zwar keine ahnung von was ich da abgesprungen bin aber es wird bestimmt irgendwie die sind noch geben ich glaube es macht mehr Sinn wenn ich den schnell angriff machen würde ich kann auch keine weile überhaupt dort sein machst du gut Katze machst du sehr gut auch auch Okay, huuuh, Barot überstanden. Nice. Aber Frist der Beutezug ist, äh, der Kampf gewonnen. Ob wir das Zeug dann benutzen, ist ja die zweite Frage. Das ist, glaube ich, gehalten durch das Kugel. Die benutzen wir nicht. Uh, wir haben es geschafft. Mir überhaupt nicht anstrengend. Nein, 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 nein. War komplett easy. Äh. Ich weiß nicht, der nächste, das nächste Mal wird auch nicht besser. Wenn ich ehrlich bin. Fies Batman. Hm. Ich bin ehrlich gesagt, ehrlich gesagt, weiß ich nicht wirklich, ob ich das Horn behalten möchte. Das ist jetzt eher weniger. Eich? Ich habe mich auf die Köhne und ich habe die Begründung gespielt. Ich habe die Begründung gespielt. Oh, jeder von der ersten Flotte. Ich bin der Ehrmürger und Teddy. Ich bin der Ehrmürger und Herrsüller. Ich bin der Ehrmürger und Herrsüller. Ich bin der Siegel. Ich bin der Siegel. Ich bin der Siegel. Das war's für mich. Ich bin hier. Ich bin hier. Ich bin hier. Ich bin hier. Hier, Hayga, und hier. Hier und hier, und hier, hier und hier, und hier und hier. Hier ist Redeutmacher. Hier, ich bin der Ruhige von der Schтоящischen Kirchen. Und hier, das ist die Schmerzen. Das war mein Homie. Das war das. Hat es zumindest noch ein M? Ja. Oh, Felsknochen nehmen wir auch mit. Noch was können wir verkaufen. Den Rest brauchen wir wirklich nicht. Geld. Jawohl. So, jetzt war Magdoros gestiegen. Wunderbar. Pallico, Stuhl 7. Ey. Nice. Oh, boy. Puh.